Die 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 Karajan muss sein Aber wir müssen ihn noch noch ihn Okay und wir ihn eben auf Oh cool Time for some acrobatics Use your chain to lower yourself until you can jump to that ledge warte warte und dann willst du dass ich dadurch dann so rüberspring jo so weit runter es geht und dann so rüber ja ich dachte das hat eigentlich nichts mit akrobatik zu tun hm hop ich bin spider-man nein das ist zu nah das wecken mit dem ich hier auch nicht das nicht das das ist das ist okay und zack so funktioniert das wo muss ich denn lang was dahin ein verstanden dann gehe ich doch am besten oben rum ich glaube es ist gut dass ich oben rumgegangen bin kann ich überhaupt nein ich kann ja nicht mal oben rum stehe sicherlich von den händen, sie können dich selbst in der schmerz könnte es möglich sein dass ich nein du hast nie was von mir bemerkt nur der hund hat mich bemerkt augstabkopf saß er du hast genug damit WTF gering Anfangsflicht Es ist jemand da nein ich habe nicht nachgedacht Und zack! Ganz im Ernst, in einem Spiel, wo man Sneaky machen muss, ich hasse Wände. Ja. Der hat mich natürlich nicht bemerkt. Voll gut, fast decked und so. Nee, auf der Punkt kann man sich da nicht holen. Wär zu einfach. Oh! Hey, es ist er! Ach, scheiß Maul! Fuck! Verdammt! Was ist das? Hörst du das? Hm. Fuck, jetzt hab ich den Hund aufgeweckt! Was ist das? Wer ist da? Was ist das? Soldat ist auf. Seid drauf Oh, ich kenne mich in der Nähe Ach, willst du mich verarschen? Okay Das war so Oh, ich habe etwas gehört Wir schauen es an Wir schauen es an Was, habt ihr Probleme? Kann ich euch helfen? Ich glaube, die hatten irgendwelche Probleme, aber ich weiß nicht womit Ich kann denen ja echt nicht helfen, ne? Ja, hallo Ich weiß, dass ich etwas gehört habe Ich weiß, dass ich etwas gehört habe Ich bin bereit Und ich muss gerne mit einer Strecke Ich werde mit einer Strecke Wir werden mit einer Strecke Und dazu Ich werde mit einer Strecke Der Beste Und Bei einer Strecke Jajaja, macht das sowieso von alleine. Hätten sie so ein Mini-Spiel einfügen können. Und jetzt hab ich dich. Oh no! Ich weiß nicht, was hier los ist. Hier sind die Framer-Brecher. Also nicht so kleine, sondern die gehen so auf 20 FPS runter. Oh, der Quint. Ja, das ist sowieso cool. Aber sein Nachteil ist, er hat keine Lampe. Hey, was soll das sein? Ja, tötet's nicht. Hier. Was soll das sein? Bring da einfach mal Eiskalt vor ihn. Das wollte ich zwar eigentlich nicht, aber... Da ist drauf. Und jetzt hab ich ihn. Hab ich nix dagegen, aber... ...rotzdem... Oh, ich soll ich drauf. Ich gleich da oben drüber. Oh. Und zack. Weg da. Ähm... Wo muss ich? Dann muss ich auch da rechts. Komm. Upgrades! Mehr Fähigkeiten zum geräuschlosen Töten, Ausrüstung und Upgrades können jetzt mit diesem Symbol freigeschaltet werden. Hol dir mehr Symbole, indem du Level abschließt, Siegel vervollständigst und Rollen findest. Weitere Upgrades werden verfügbar, wenn du... Ja. Also, was gibt's denn hier? Drücke X, während du an einem Haltepunkt hängst, um einen Feind zu packen und ihn zu erwürgen. Hört sich interessant an. Während du direkt unter einem Feind stehst oder hängst, drücke nach oben und dann... ...X, um ihnen sein vorzeitiges Grab zu senden. Halte nach oben und drücke X, um einen Drehkick aus der Führenden Wind, der deinen Feind in die Luft schleudert. Äh. Okay. Ich tendiere ja dazu. Und... ...da gibt's noch nichts. Angriffsgegenstände. Okay. Ja. Stil. Pete. Pfarr... Pfarrt des Ninja. Die traditionelle Kleidung und Ausrichtung des Hisom-Plans. Machtstil, Jägerstil, Stille-Stil, Halbtraum-Stil Das sieht interessant an Oh Fuck Oh Look at all the guards patrolling near that tower And see those antennas on the roof? It must be a communication tower There could be something inside to help us find Karajan Hey, what was the noise? I've never seen anything Ich bin einfach mal der Ober-Ninja Weshalb ich euch jetzt einfach mal hier runterwerf Ich bin einfach mal der Ober-Ninja Ich bin einfach mal der Ober-Ninja Wieso gibt's hier unten so... Oh Deswegen Na komm Hm Na ok Dann komm ich eben zu dir Äh Oh schon Weiter hier Und jetzt kann ich Uh Artefakt, Artefakt Oh So Ah Da ist wieder einer Dann möchte ich doch Keiner so Hehhh Dreht sich der Typ auch rum? Ich halte nicht Dann kann ich hier Äh, zack, ich bin so dritter. Und jetzt wird's zu versteckt. Zack. Ähm, okay. Wie mache ich das? Da gibt es jetzt nirgendwo. Wo kann ich... Ähm, so. Ähm, so. Wir holen einen Bogen hier auf dem Perimeter. Wir holen den Count bereit, um zu evakuieren. Oh. Wir holen ihn. Tracking-Device in Building 6. Du weißt, der kleine Gizmel, der findet, wenn er gebetet wird? Send den Mann, um ihn zu holen. Das ist es. Wenn wir unsere Hände auf dem Tracking-Device bekommen, wird es uns direkt zu Karajam. Oh ja, cool. Aber auf jeden Fall, das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, befolgt die Anweisungen in der Beschreibung. Falls ihr eine Frage habt, die straight für eine Person gilt. Ähm, und ich hoffe, ihr schalt das nächste Mal ein bei The Mark of the Ninja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao und haut rein. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.